Wir haben das Corona-Virus besiegt. Das Corona-Virus muss uns ticken und dann müssen wir stehen bleiben. Dann muss man vor dem Corona-Impf-Zentrum Wasser holen und dann auf die Füße spritzen. Aber nicht von weiß, sondern ganz naseig. Ich habe im Internet ein bisschen über das Projekt gesucht. Es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Kunstkumpel. Ja, das war ganz cool. Das war richtig cool. Cool. Okay, das merke ich mir auf jeden Fall für zu Hause.